Servus, hallo, hier spricht wieder der Hans-Peter. Heute mit einem Video zum Thema FTP. Für alle unter euch, die nicht jeden Tag mit Domain, Webhosting, Datenbanken und so weiter und so fort arbeiten, hier ein kleines Video, wie man Dateien von dem eigenen Rechner, Notebook, Computer, was auch immer, auf die Domain-Server hochladen kann. Dazu wird eben das FTP benötigt. Es steht für File Transfer Protocol und stellt letztendlich eine Verbindung dar zwischen deinem Computer und deiner Domain bzw. dem Server dahinter. Dazu benötigt man eine Software und hier kann ich empfehlen CyberDuck. Das ist CyberDuck.io. ist kostenlos erhältlich oder gegen eine kleine Spende, wenn man möchte, verfügbar für Windows als auch Mac und macht genau das, was es machen soll. Es stellt eine Verbindung her und man kann Dateien transferieren. Ja, und sobald du es installiert hast, hast du so eine nette Ente. Ich habe es hier bereits geöffnet. Und was du dann machst, ist, du sagst einfach neue Verbindung herstellen und bekommst hier das Fenster. Was hier wichtig ist, du gibst deinen Server an. Der Server ist nichts anderes als dein Domain-Namen. In meinem Fall ist das u-backup.at. Benutzername, falls du hoffentlich auch die Checklist führst, hast du hier den Benutzernamen eingefügt. Den kopiere ich mir. Füge ihn hier ein. Nehme das Passwort. Füge es hier ein. Und was du auf jeden Fall auswählen möchtest, ist die Option zum Schlüsselbund hinzufügen. Was das macht, ist, letztendlich speichert es das Passwort, das du hier angegeben hast. Somit, wenn du nächstes Mal eine Verbindung herstellst, wirst du nicht wieder abgefragt nach dem Passwort. Ja, und sobald alles ausgefüllt ist, einfach auf den Button Verbinden drücken. Und hier kommt noch eine kleine Zertifikatsmeldung, die du ignorieren kannst und einfach sagst Fortfahren. Ja, und dann bist du auch schon bereits verbunden mit dem Server. Wie ihr seht, in meinem Fall sind hier bereits zwei Ordner und eine Datei hochgeladen. Man kann auch per Rechtsklick dann sagen, zum Beispiel Download der Datei oder löschen. Oder man kann auch von deinem Rechner eine Datei nehmen, hereinziehen und so hochladen. Genau, solltest du das Programm schließen und wieder öffnen, wird im Normalfall automatisch die Verbindung wieder hergestellt. Noch einen Moment. Genau, fortfahren. Und sollte das nicht der Fall sein, kannst du einfach hier auf dieses kleine Büchlein drücken und unter Verlauf siehst du die letzten Verbindungen. Also im schlimmsten Fall kannst du auch hierher navigieren, Doppelklick und die Verbindung wird wieder hergestellt. Ja, das war es auch schon zum Thema FTP. Wie wir dann WordPress hochladen, siehst du dann im nächsten Video. Sollte es Probleme geben, kannst du mich einfach reichen unter hpm.vermarktbar.com Viel Glück. Ciao.